Hallo, mein Name ist Marleen Strauß. Ich bin in Lindabey weiter aufgewachsen und war in den letzten Jahren in der Region Schleiz als Vikarin unterwegs. Nun komme ich in den Kirchenkreis Greiz als Schulpfarrerin und darf in den Gemeinden Gommler, Pomeranz und Kurzschau dienen. Von meiner Landeskirche wünsche ich mir, dass sie mich in Projekten unterstützt und mich auch dazu ermutigt.